Und? Ich hab die Herztöne gehört. Was ist das jetzt? Ein Stau. Wir wollten nach Dresden fahren. Die Opa. Haben das leider nicht geschafft. Und dann sagst du auch noch, dass die Kinder vernachlässigt sind. Ja, das sind sie ja auch. Gab es Zeiten, wo sie ein gutes Team waren? Ich seh nicht ein, warum ich mich wie ein Verbrecher fühlen soll. Aber es tut mir leid, es tut mir leid. Seh ich nicht ein. Machen wir schönen Urlaub. Wir drei, ha? Aber ich... Und wie haben Sie sich kennengelernt? Sie beide? Tja. Ciao. Tja. 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 Tja.